Als ich genau vor einer starken Woche hier stand und ich euch das letzte Update-Release für die Bosch Flow-App oder das Bosch Smart System Universum vorgestellt habe, konnte ich mir im künstlichen Traum nicht vorstellen, dass eine Woche später Bosch das nächste Update-Release schiebt und die nächste Update-Folge schon in startlicher Stand und die wir euch heute vorstellen dürfen. Schauen wir mal nach und damit herzlich willkommen zur aktuellen Folge hier auf meinem Channel. Also für alle, die die letzte Woche dabei waren, die wissen genau die aktuelle Version, die 1.16 herauskam, wo es eigentlich nur wieder ging um das Thema Navigation. Ja, ja, okay, war dann so, was Bosch die letzten Update-Folgen eigentlich nur gemacht hat. Heute geht Bosch in ganz andere Richtung rein, nämlich ins Thema Diebstahlschutz und das Thema Versicherungen. Schauen wir uns jetzt mal an, was aktuelle Update so an Neuerungen uns alle brachte. Die Version ist bei mir die 1.17.2, kann bei euch auch die 1.17.8 und Co sein, je nachdem wo ihr unterwegs seid, ob im Apple- oder Android-Universum. Da können sich diese Version ein bisschen überschneiden oder unterscheiden, ihre Nummer. Aber natürlich können sich auch die Ausrollzeiten ein bisschen verändern, je nachdem wie schnell euer App-Store das je nachdem auch dann an euch rausgibt. Also macht Bosch Eis auf Versicherung und auf Diebstahlschutz ja schon ein bisschen, aber viele Funktionen sind auch abgeguckt von den Klassikern, von den GPS-Trackern wie It's My Bike oder Parunity, was mir relativ schnell in den Kopf kam, als ich verwundert gestern Abend dieses neue Release ein bisschen vor Augen hatte. Was kann man machen im neuesten Update? Man kann jetzt einen Bike-Pass anlegen mit quasi Fotopersonalausweis für sein Fahrrad, nenne ich es einfach mal. Klar, ich kann die Daten einpflegen vom kompletten Fahrrad, die kompletten Sägenummern und und und, dass ich im Falle, wenn so ein Fahrrad mal geklaut wird, ich auch die Daten alle zur Hand habe. Ist eigentlich coole Geschichte und eigentlich auch ein Muss. Was mir auch wiederum auch sagt, wahrscheinlich wird eine Bosch Flow-App nicht mehr als ein Fahrrad verwaltbar sein mit einem Konto, was ich ein bisschen schade finde, wenn es gerade ins Familienumfeld hineingeht. Aber ein anderes Thema. Kann ein Foto hinzufügen von meinem liebten Drahtesel, kann diese Daten alle dann dort mir speichern in der Cloud bei Bosch und halt in meiner Flow-App abrufen, dass ich sie habe. Aber auch soll es sein für die Werkstatt, dass die auch gleich weiß, was an ihrem Rad alles dran ist und vielleicht auch einfacher kommunizieren können zum Thema Wartung und und. Das ist kein Fehler, wenn man sich einmal diese Arbeit macht und die kompletten Bike-Parts in einer ruhigen Stunde mal aufnimmt in so eine App. Vor allem auch noch, wenn ich original das Datenblatt noch habe von dem Fahrrad, weil irgendwann ist es nicht mehr wirklich online fügbar. Da muss ich nachkruscheln, was habe ich für einen Dämpfer, was habe ich für eine Gabel oder was habe ich eine Bremsanlage auf meinem Rad drauf und und und. Ich muss nachher ein bisschen mehr nachschauen, als ich vielleicht vorher müsste. Soweit ganz cool die Funktion, mit der kann man was anfangen. Also warum auch nicht? Kein großer Bringer, aber aber sicher recht schön. Wir gehen von der 1.16 auf die 1.17 hoch und demzufolge ja, ist für Bosch auch wieder eine größere Sache, die ausgerollt wird. Dann kommt Nummer zwei in dem aktuellen Update von Bosch, nämlich der Diebstahlbericht und das Live-Tracking-Link für den Fall der Fälle. Das kennen wir auch schon alle aus dem GPS-Tracker-Welt. Ein ganz klein bisschen. Klar, da kommt es auch wahrscheinlich großartig her. Klar, die Räder haben mittlerweile ganz viele mittlerweile das Connect-Modul drin. Vor allem gerade die ganzen SUV-Tracking-Räder werden schon sehr, sehr oft out of the box mit dem Connect-Modul ausgeliefert. Deswegen haben wir schon oft eine runde Lösung, dass wir einfach sagen können, komm, ich habe meine GPS-Wartung als dritte Säule in meinem Diebstahl-Schutzprogramm eh schon mit drin. Also habe ich einen Bericht im Falle der Fälle, wenn ich bei der Polizei dann vorstellig werden darf und muss, wenn mein Fahrrad geklaut wurde, dass ich alle Daten zur Hand habe. Ja, was, warum auch nicht, ist auf jeden Fall mal kein Fehler, wenn man das dann einfach einpflegen kann in der Flow-App und ich habe die Daten da, kann es auch sofort übergeben an dann quasi die Polizei, wenn ich sie brauche, aber auch ein Drecking-Link, wo sich mein Fahrrad gerade befindet. Macht irgendwie Sinn. Okay. Da kommt Nummer 3, das Thema Diebstahl-Schutz und das Thema Sicherheitskette. Für mich ist einfach wichtig, Thema Schloss, macht für mich richtig Sinn. Das Thema GPS macht irgendwie auch Sinn. Und natürlich für viele von euch auch das Thema Versicherungen. Und Bosch hat eine Kooperation angestoßen zum Thema Versicherungsservice und bietet jetzt auch im aktuellen Update-Release ja, einen Link an für eine Fahrradversicherung. Dieses Thema werde ich mich hier nicht großartig beschäftigen, weil für all die, die mir auf dem Kanal schon länger folgen, die wissen, dass ich mit Versicherungen da ein bisschen auf Kriegsfuß stehe und auch schon leider zu oft zu viele negative Erfahrungen gemacht habe mit diesen Konzernen, wo dann nachher irgendwelche Leistungen dann versprochenerweise nicht mehr bezahlt werden, sondern irgendwie versucht wird, das Geld dann doch lieber selber zu behalten. Deswegen, Versicherung, entscheidet bitte für euch selber. Es soll auch jetzt definitiv keine Werbung sein da dafür. Da muss jeder entscheiden, wo er persönlich hin möchte und wie er sein Fahrrad absichern möchte oder ob er zum Versicherungsmenschen seines Vertrauens vor Ort geht, dort sich eine Bike-Versicherung holt. Whatever. Völlig egal. Da müsst ihr einfach schauen, wo ihr hin möchtet. Man sieht aber schon recht schön, im aktuellen Update-Release ging es diesmal um das Thema Diebstahlschutz und das Thema Dokumentation. Für mich mit Sicherheit mal kein Fehler, dass auch diese Richtung eingeschlagen wird. Thema Navigation war ja jetzt relativ stark von Bosch in allen Updates drin. Und jetzt können wir sagen, okay, gehen wir auch mal da rein und gucken es an. Wobei natürlich auch ein bisschen abgekupfert ist von den klassischen GPS-Tracker-Geschichten. Aber halt auch für mich, wenn ich die Glaskugel meine persönliche auspacken darf, muss ich sagen, was ich wahrscheinlich befürchte, wird es in der Bosch Flow-App nicht mehr als ein Fahrrad zum Verwalten geben, weil ich dann quasi ja auch dann das Problem habe, dass ich ja die Daten nicht mehr so sauber eingeben kann. Deswegen wahrscheinlich wird es heißen, Bosch Flow-App, ein Cloud-Konto, ein Fahrrad. Was natürlich im Familienumfeld, wenn ich mehrere Fahrräder habe und es oftmals ein Smartphone auf mehreren Rädern fährt, echt doof ist. Deswegen ist aktuell diese Lösung dann nicht ganz so cool, aber ja gut, man kann es gewöhnen. Oder man hat mittlerweile pro Fahrrad ein Smartphone. War kleiner Scherz. Also das macht auch keinen Sinn. Also ihr seht, ein Update von Bosch, das ich mir im Traum nicht erdacht hätte, dass es irgendwann noch im November dieses Jahr in 2023 rauskommt. Und mal auch noch in diese Richtung hineingehen. Klar, nur Kleinigkeiten, aber ich glaube, die kann man relativ sinnig nutzen und kann seine kompletten Bike-Daten dort einfach auch vernünftig einpflegen. Soweit diese kleine Folge zum aktuellen Bosch-Update. Lasst noch ein Abo hier auf dem Kanal da, lasst noch ein Like da und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bis dann. Ciao. Musik 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 I'm a simple man, don't wanna complicate ya Complicate ya I'm a simple man, don't wanna complicate ya Complicate ya I'm a simple man, don't wanna complicate ya I'm a simple man, don't wanna complicate ya